So, und da sind wir wieder. Zwei Screenshots? Du bist wieder total leise. Jetzt hört man das Lied nicht mehr. Ach, hallo! Wie geht's? Aua! Du solltest laufen. Ja, ich laufe. Aber ich kann leider nicht schneller. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Das wollte ich unbedingt machen. Die gehen alle an mir vorbei. Rück bis unten. Diesmal haben wir aber mehr Leben. Ich tu mir noch mal einen Medipack. Ja, wollte ich mich auch gerade holen. Oh, nee. Boah, Medipack. Pack. Boah, Medipack mitnehmen. Ach so. So. Hast du? Ja, ich komm gerade. Wenn du nicht oben bist, dann musst du ja wieder runter, um eine nächste Errungenschaft zu kriegen, ne? Ja. Ja. So, jetzt müsstest du eigentlich runter. Ich schieß dann so lange hier unten runter. Ey, wie hat der mich erwischt? Gehst du halt eben reaktivieren? Ja. Ich rune. Ich bin voll unter. Ich bin voll unter. Ich töte dich. Nein. Nein, 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 nein. Boah, das ist natürlich scheiße. Wir können dir nicht helfen. Das sind drei Tanks. Und die können dir nicht helfen hier, die Leute. Die wollen da nicht runter. Alter, die kommen hoch. Ja, ich kann... Ich kann ja nur runter und dann haben wir verloren. Ey. Ey. Ich bleib hier nur beschossen. Ey. Boah, jetzt haben wir verloren. Schon wieder. Ernsthaft. Ist doch unfair. Zeigen wir das halt nochmal. Juhu. Als extra special. Ja. Oh, willst du auf einfach? Was? Sollen wir das auf einfach machen? Ja, wir müssen ja irgendwann mal wenigstigen. Druck F1. Ja, wir müssen es ja schaffen. Und seid uns nicht böse. Und äh... Äh, das war nicht meine Idee. Nein. So, machen wir wieder die übliche Taktik. Ja. Aber diesmal schaffst du. Ey, warum mich denn? Ach so. Ja, ja. Und wir machen jetzt einfach mal nicht gleichzeitig. Einfach nur drauf. Jetzt laufen die mal hinter mir her. Jetzt dürfte gleich der erste Tank kommen. Jopp. Und der kommt von oben. Schaffst du's? Ich bin da. Oh, der ist sofort tot. Okay. Nö. Nö. Jetzt müssen wir nur noch die letzten Wellen hier abwarten. Und dann probieren wir's nochmal. Mal ges knacken. Mal geschenk.. Mal geschenk... Wie zu! Ja, ich hör den Pilz-Song. Wann jetzt? Boah, jetzt hat Gangnam Style das weggemacht. Da stand ein Smoker vor unserer Haustür. Oder vorm Fenster. Jetzt werf ich... Da. Der kommt von da. Aus dem Feuer. Und der ist sofort tot. Weil leicht gestellt ist. Ich hör noch den Grabbing Pilz-Song. Hoffentlich schaffen wir es zeitlich. Ich kann hier nur rum, rein und raus und links und rechts. Jetzt dürfte das gleich endlich mal unten sein, wenn der nächste Tank kommt. Ich schießt die ganze Zeit auf den Smoker, nix. Hä? Ach so, hat nur so ausgesehen. Da von hinten. Gangnam Style. Wo? Also... Ne, tot nicht. Und dabei habe ich den gerade mit Nahkampfwaffe angegriffen. Wollte ich gerade killen damit. So, rüber. Soll ich unten bleiben? Ne, wir müssen ja beide hoch. Sonst kann ich das nicht hochziehen. So, und jetzt gehen wir sofort runter. Bist schon wieder leise. Ich halte dir die vom Hals. Rüber. Rüber. Ernsthaft. Schaffst du. Mach, mach. Ja. Ja. Du bist tot. Aber du hast uns gerettet. Und wir haben eine Errungenschaft. Und du bist ganz leise. Das kann sein. Du bist fünfmal gestorben. Hm. Ich habe natürlich wieder Verbandszeug. Nahkampfkills. 19. Molotov-Cortels. Hunter getötet. Natürlich. Charger getötet. Uma. Ich bin wieder ganz oben. Oh, ich wäre knapp an den meisten Verbündeten wiederbeleben. 31 Prozent Genauigkeit auf 5 Prozent Kopfschüsse. Jetzt bei Mediamarkt. Was? Okay, bei Praktika. Na, die wurden nur verletzt. Verletzt. Wir haben es mal entkommen lassen. Nach was ganz hartem. Also mit dem ersten Teil sind wir jetzt offiziell, glaube ich, mal durch. Ja. Das nächste wäre Infektionszentrum. Die erste Karte des zweiten Teils. Ja. Und die beinhaltet das Hotel, die Straße, das Einkaufszentrum und die Eingangshalle. Aber das machen wir irgendwann später. Hm. Jetzt haben wir nämlich drei Kampagnen auf einmal aufgenommen, glaube ich. Ja. Am Stück. So. Und dann verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns hier und ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao.